So, gucken wir jetzt noch Jansky? Oh, wow. Lass mal noch Jansky gucken. Das neue Jansky-Video muss sein. Täglich, die tägliche Dosis, nee, die wöchentliche Dosis. Moin, moin, Leute. Oh, ne neue Stimme bei Jansky. Oh, oh. Oh, oh, Chat, da war ne neue Stimme bei Jansky. Wer ist es denn? Das ist Blätten gewesen, ne? Das war doch Blätten. Moin, moin, Leute. Blätten hier und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge, Noah macht Noah Sachen. Jetzt, jetzt kommt die Dive. Ja, Gentes sind Piraten. Oh, nee, Noah. Wir haben eine Konzentration, ne? Wir sind komplett aus dem Drehen. Wir haben eine sieben Sekunden Schaden. Das ist einigermaßen okay. Nee, das sind mehr jetzt. Hallo, da. Das ist gelaufen, würde ich sagen. Hm? Okay, ich muss mich gerade ein bisschen zusammenreißen, Leute. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das war mein Fehler. Oh, Gottes Willen. Ey, die war so langsam und ich habe schon so früh gebremst. Oh, lecklicher Marsch. Lfm-Technisch, zumindest mal hier in den Rennen morgens. Ey, so der Wurm drinne. Ey, wie viel Pech muss man eigentlich haben, Leute? Boah, zum Glück habe ich die Tür da aufgelassen. Nö, wo bringen? Was hat der Kollege gemacht? Nö, wo bringen? Okay, jetzt hatten wir den Noah-Style eben. Das war Noah-Style. Ich habe gesagt, Podium muss drin sein. Podium muss auch drin sein. Hat er gerade ein Sprout-Jersey angehabt? Tatsächlich. Das war Noah-Style. Ich habe gesagt, Podium muss drin sein. Podium muss auch drin sein. Wir sind ja eigentlich definitiv schneller, aber... Es ist ja nicht so einfach, hier zu attackieren. Jetzt, jetzt kommt die Dive! Jetzt kommt sie! Die Dive kommt, Jungs, die Dive kommt. Ich hoffe, das war alles clean. Wir werden... Wir werden gelicht... Also, die Lichtschuppe sagte was anderes. War das clean oder sollen wir zurückgeben? War schon clean, oder Jungs? Aber wir müssen aufs Podium, Jungs. Wir müssen aufs Podium. Haben wir die Dive hier zünden? Ja, nee, das war zu spät. Das war zu spät. Das war zu spät. Ey, warum müssen die Leute immer im Nürburgring so doll reinhauen, Alter? Mann! Was soll denn das? Mutti, sag doch mal was dazu. Mutti, sag doch einfach mal, die Leute sollen dich immer diven, wie doof, beim Nürburgring Turn 1. Was sagst du dazu? Was hast du zu... Was hast du zu Turn 1 Dive zu sagen, auf dem Nürburgring, ne? Hm. Auch mal probieren, Jungs. Mann, die McLaren-Bremsen sind so trash. Hallo? Hey! Hauptsache, hey! Das war ja die schönste Betonung von Blenden E.U. West, Alter, können wir das mit einem Sub-Sound haben? Hey! Hallo? Hey! So richtig putzig. Hey! Leute, Alter, was ist denn mit euch? Ihr habt doch alle einen Vogel, Alter. Das ist Blit 1. Willkommen. Alter, 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 was machst du denn? Mann, du bist doch so ein... Wirklich! Ja, Ripp, Alter. Wie kann man denn so scheiße im Schädel sein? Also ich sag immer, wenn man so weit ist, dass man solche Sachen sagt, dann braucht man eine Woche Pause. Also ich meine nicht Bann-Pause, sondern generell eine Pause. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, hör auf! Oh mein Gott! Das war so, das... Nee, das Rennen ging gerade los übrigens. Nein! Ah, ja! Hinten starten ist immer scheiße. Immer. Egal wo, ist es immer scheiße. Ah, ich bin euch gegangen! Ich bin Jesus! Ich habe Autos gesplittert! Ich! Digger! Hä, wieso? Mach doch... Du lässt doch die Tür nicht auf! Entschuldigung! Das war doch Speerangel weit offen! Blätten! Ah, du... Ach man, ist das ein Hund, Alter! Wirklich! Vollidiot! Meine Fresse, Alter! Was für ein Vollidiot! Bruh! Fühlst du mich... Ach, nee, Digger. Habe ich ihn berührt? Nee, oder? Nee, nee, nee. Hä, wuben wir einfach neben dir? Ich bin einfach tot. Kann Niklas auch selber Fehler machen? Fragezeichen. Ja, ne? Ja, super. Ah, Profi ist tot. Hm. Kann doch eigentlich den Trick abstellen. Weil es der Fitbinder. Wunderbar. Wunderbar. Er hat einfach das Auto verloren. Auf dem Gas. Ist er mit TC aufgefahren? Ich dachte mir auch ganz, komm, Sascha, du musst jetzt mit TC auffahren, anders bist du nicht schnell. Ich hab's gelassen. Ja. Ja, normalerweise mach ich jede Lenkung auf, musst du weiter lenken, dann Auto, und dann Green AFK an die Wand. Gut behaupten, ProSegs hat sich damit auch erledigt für dieses Jahr auf jeden Fall. Scheiße. Oh, zumindest was, äh, das Season angeht. Hubens LFM-Statistik. Zweimal DNS, einmal DNF und zwei Stats... Oh, 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 oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alter, Luke. Wirklich. Digga. Ey. Warte, es ist hier. Nee. Bro! Digga, wo bleibt denn der stehen? Huh? Was? Wie? Niemals. Digga. Ey. Wie kann... Was? Warte, es ist ein SG. Bro! Das hätte ich jetzt nicht... Nee. Digga, wo bleibt denn der stehen? Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Das sah passig aus. Boah, Junge, was sind das für goldene Dinger hier? Wow. Junge, hast du gesehen, was da für eine Libriat? Du kannst dich nicht konzentrieren. Vor mir der. Achte mal drauf, was da für ein Libriat. Das leuchtet immer so gold. Du siehst nichts. Du weißt nicht, Kurve hast nur noch so einen goldenen Tannenbaum da vor dir. Was denn? Boah! 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 Was ist denn da... Ach, nee, oder? Hallo. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Alter, nee, komm! Was für eine Pisse, ey. Ey, was ist da? Kommt einer? Ich sehe es nicht. Ich komme mir nicht mehr weg. Ach, scheiß drauf, ey. Dann war es das wohl. Nie wie der Ferrari fahren. Beste Leben. Ja, jetzt pflückt er natürlich nicht weg, ne? Vor allem, weißt du, was das Ding auch war? Ich stand dann da und kam dann nicht weg. Ich bin losgefahren, habe ich gedreht. Ich bin losgefahren, habe ich... Ja gut, aber das... Also das erste Mal bist du volles Pfund drüber und beim zweiten Mal außen dran vorbei. Also, nu... Guck mal, jetzt fährst du volles Pfund drüber. Was? Naja! Nee, oder? Hallo. Boah, das hier ist so ärgerlich. Alter, nee, komm! Das ist so ärgerlich. Was für eine Pisse, ey. Ey, was ist da? Kommt einer, ich seh's nicht. Das ist so ärgerlich, Mann. Das ist so doof. Ach, scheiß drauf, ey. Dann war es das wohl. Nie wie der Ferrari fahren. Beste Leben. Ja, jetzt pflückt er natürlich nicht weg, ne? Vor allem, weißt du, was das Ding auch war? Ich stand dann da und kam dann nicht weg. Ich bin losgefahren, habe ich gedreht. Ich bin losgefahren, habe ich gedreht. Ich bin losgefahren, habe mich gedreht. Oh mein Gott, was hat das... Ich hab nichts gesehen. Das war ne Warming. Ja. Du hast vorhin eine geholt, ich hab eine geholt. Noch eine. Ist clean, ist clean. Ist ein Deal. Noch eine? Außer wegen Chat sagt immer, eine ist keine. Und ich hör immer auf Chat. Ja, boah. Noch eine. Zwei, oder? Nee. Oh. Was steht da? Held rein. Was? Ach, komm. Zweite Worte? Ja. Ja, Bro, ich wurde aber weit gedrückt. Was soll ich denn machen? Na ja. Jo, Final Warning. Ich. Dickes F. Die Serie ist einfach nicht für uns bestimmt. Ist einfach ein guter, guter Start, ne? Heute war es total ausfordernd. Ich sag's nur, ich sag's nur, ich sag's nur so. Ah, ich fand nicht jeden Tag, wie soll das sein? Radfors tut geil, da freu ich mich drauf. Oh. Bitte gehen Sie weiter. Sie haben nichts gesehen. Ist nichts passiert. Radfors freue ich mich drauf, ja? Ja, sieht so aus. Als wenn du dich da freust. Radfors tut geil, da freu ich mich drauf. Ja. Oh. Bitte gehen Sie weiter. Sie haben nichts gesehen. Ist nichts passiert. Schön TC auf. Ah. Schön. Schönes Ding, Jenski. Da lacht sogar der Bot. Ja. Shaller Thunder. Tschüss. samhälle. Äs. Sorry. Oh. S. Das. Tschüss. OT. Da. Schlamb pom. flames. един. visualize.